Willkommen bei der Vorstellung unserer Personalsoftware zur Erstellung eines 360-Grad-Feedbacks. Für den Erfolg eines Unternehmens wird die Personalentwicklung immer bedeutsamer. Als erfolgreiches Werkzeug hat sich dabei das 360-Grad-Feedback herausgestellt. Bei dieser Methode werden die Kompetenzen und Leistungen der Mitarbeiter aus verschiedenen Perspektiven, wie zum Beispiel aus dem Blickwinkel des Mitarbeiters selbst, seines Vorgesetzten oder eines Kollegen beurteilt. Und so funktioniert es. Um eine Umfrage erstellen zu können, benötigen Sie zunächst die Teilnehmer. Sie können im System Teilnehmer manuell hinzufügen. Oder mithilfe einer Excel-Datei hochladen. Dazu bieten wir Ihnen eine Vorlage an. Nach dem Eintrag der Daten oder dem Hochladen einer oder mehrerer Excel-Teilnehmerlisten erhalten Sie den vollen Überblick über Ihre Teilnehmerdaten. Mithilfe der Abteilungszuordnung ermittelt die Software automatisch Kombinationen, welche Teilnehmer sich gegenseitig bewerten. Also, wer ist Vorgesetzter, wer ist Kollege und wer ist Mitarbeiter. Sollten Sie eine eigene Zuordnung der Bewertungen wünschen, haben Sie die Möglichkeit, diese Einstellung manuell vorzunehmen. Zur Erstellung des Fragebogens können Sie entweder mithilfe unserer Formatvorlage Ihre Fragen hochladen. Oder die Fragen direkt im System eingeben. Gerne können Sie auch unsere Musterfragen verwenden. Bitte definieren Sie, ob die Frage auf den Teilnehmer, Mitarbeiter, Kollegen oder Vorgesetzten eingeschränkt ist. Nur dieser Personenkreis bekommt die Frage zur Beantwortung angezeigt. Gibt es keine Einschränkung, gilt die Frage für alle. Zudem benötigt jede Frage eine Gewichtung von 1 gering bis 9 hoch. Eine Gewichtung von 3 bedeutet in diesem Fall, dass die Antwort 3 mal für das Ergebnis dieses Frageblocks gewichtet wird. Die Software automatisiert die gesamte Durchführung Ihrer Umfrage und verschickt eigenständig Einladungsmails an Ihre Umfrageteilnehmer. Dazu haben Sie die Möglichkeit, eine unserer Vorlagen zu nutzen, die Sie individuell anpassen können. An diesem Punkt ist die Umfrageerstellung beendet und Ihre Umfrage wird nach Erfolg der Zahlung aktiviert. Fügen Sie dazu Ihre Zahlungsart hinzu und wählen diese aus. Wenn nun alle Angaben sowie die einzelnen Schritte Ihrer Umfrageerstellung vollständig sind, steht Ihre Umfrage zur Zahlung bereit und ist anschließend live. Sobald die Umfrage beendet wurde, erhalten alle Teilnehmer als auch die Abteilung, die die Umfrage administriert, eine transparente Ergebnispräsentation. Für die administrative Abteilung sind alle Ergebnisse einsehbar. Jedoch sind die Antworten anonymisiert, um ein objektives und sicheres Ergebnis zu erzielen. Jeder Mitarbeiter kann die Auswertung seiner Ergebnisse einsehen und als Excel-Datei herunterladen. Vorgesetzte erhalten einen Überblick über jeden seiner Mitarbeiter, sehen aber ebenfalls nicht die Eingaben der einzelnen Bewerter. Möchten auch Sie Ihre Führungskultur durch eine vollständig automatisierte und benutzerfreundliche Umfrage optimieren? Dann registrieren Sie sich noch heute auf www.personalabteilung.cloud und testen Sie unverbindlich und kostenlos unsere Software. Sie möchten weitere Informationen erhalten? Dann schauen Sie sich unsere Online-Dokumentation an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!